Peace Leute! Vlog-Tag 23, der 100-Tage-Challenge. Heute machen wir so eine kleine Slingshot-Übung. Ich habe mir jetzt hier so eine Slingshot improvisiert gebaut. Coole Selbstdefence-Waffe. Wenn ihr irgendwie so einen Lederball oder sonst irgendwas oder so einen dickeren, so eine Mutter oder sowas, ein dickeres Ding an den Lederseilen nehmt als Waffe und es einfach nur als Waffe zum Schlagen benutzt. Super effektiv, super geil. Das hier ist jetzt nur ein Kopftuch mit ein paar Socken drin, die praktischen harten Ball oder eine harte Kugel imitieren sollen, okay? Also, das ist die Idee für heute. Let's go! Wobei, was sage ich! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kleine Slingshot Action. So, wieder Liegeschütze im Kreis gedreht. Diesmal ganz schlindlich gewesen. Es ging mal richtig schwer zu führen zu treffen. Aber mal was anderes. Wie gesagt, versucht es. Ihr könnt euch einfach als Trainingsgerät basteln. Es ist super einfach. Aber es ging super effektiv. Jo. Also Leute, wir sehen uns. In diesem Sinne. Macht's gut.